hi meine freunde ich grüße euch recht herzlich heute an vatertag und ja ich wollte eben noch mal schnell einen raushauen mein jaus mein sohnemann und meine frau haben mich heute morgen überrascht und ich habe mich tierisch gefreut heute am vatertag und hab was von meinem jungen geschenkt bekommen das wollte ich euch einmal zeigen hier moment so auch noch ein schönes selbst gemaltes bild aber das ist datenschutz das darf ich euch leider nicht zeigen aber es ist ein sehr schönes bild passend hierfür weiß ich ob ihr das sehen könnt einen moment was haben wir denn da schön top gun maverick und zwar geht's sonntag ins kino das habe ich von meinem sohn geschenkt bekommen ist das nicht toll ja jetzt weiß ich auch warum wir gestern den ersten teil zusammen geguckt haben ja also unser jaus kannte das ja noch nicht und ja gibt sinn deswegen sonntag schön den zweiten teil gucken maverick tom cruise hammer geiler schauspieler machen sich vor wie gesagt super geile filme habe ich richtig bock darauf freue ich mich habe ich mich richtig drüber gefreut heute das geschenk zu bekommen und ja tom cruise wie gesagt eben begnadeter schauspieler für mich es gibt eigentlich nichts keine schlechten film und er hat ja auch noch richtig andere richtig geil filme gemacht wie zum beispiel wenn ihr wisst was ich meine ja ja ich komme gerade auf den namen nicht alles klar wisst ihr bescheid ne in diesem sinne wünsche ich euch noch ich wünsche euch noch einen schönen feiertag schönen vatertag lasst es euch gut gehen und ja sage einfach mal lafi mafri tausend macht's gut bis dahin ciao ciao